Musik 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 Gut, hier lang. Gut. Wo lang? Da lang. So, können die auch hier klettern und so? Eigentlich sollten sie das können. Viel Verbündete. Einer muss überleben. Oh, sehr nett. Für die anderen drei. Natürlich werden wir versuchen, alle heil nach Hause zu bringen. Soweit die mich auch folgen. Soweit die mir auch folgen. So. Na, kommst du? So, hier rüber. Sollte nicht zu schwer sein. Die werde ich jetzt direkt... Oh, lol. Nein! Alter. So, ich muss die direkt als alle töten. Nicht, dass die hier... Dass meine Freunde aufgehalten werden. Folgt mir nach. No, da rüber. Na. So, hier. Ah. Hä? Spring doch da rüber. So. Entschuldigung. Bleib dran. Okay. Alle überlebt. Und die Nächsten. Alter. Der wird sich jetzt ein bisschen hinziehen hier. Nein! Ja. Und jetzt die Nächsten. Ach, Mann, ja. So, da sind sie auch schon. Verdammt, falsche Bisschen. Hoppala. So, das wollte ich dann machen. Versuch. Aufhören! Ich weiß, dass die Nächsten gehören dem Volk. Wo hab ich euch schon mal gesehen? So, die starke Wache hier. Dann nehm ich den Speer. Moment. Weg mit dir. Heure Verbrechen werden's enden. Das Volk wird sich erheben. Speer. Die Nächsten gehören dem Volk. Emilio sagt, er steht nach einer. Warte. Gehren Sie! Den Speer. Heure Verbrechen werden's enden. Das Volk wird sich erheben. Ich muss den mal kurz ein bisschen woanders hinlocken. Und jetzt den Speer. Genau. Das ist auch schön stark, die Waffe. Ach man, was ist denn jetzt los? Hey, warum hat der jetzt... Aua, jetzt warte doch mal, bis ich fertig bin. Emilio sagt, er steht nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist, macht! Eure Verbrechen werden enden! Das Volk wird sich erheben! Alter, der Typ, der sich da im Hintergrund labert. Wir merken, wir gehören dem Volk! Emilio sagt, er trinkt einheit. Aber was er wirklich will, ist, macht! Eure Verbrechen werden enden! Das Volk wird sich erheben! Der nervvoll! Hier! Aua! Ist schon wieder! So, jetzt kommst du nicht mehr raus! Boah! Eure Verbrechen werden enden! Seid doch mal ruhig! Das Volk wird sich erheben! Kui, tun wir es! Die Diebe zurück zu Ugo! Hä, hört sich an die Hugo! So, Steckbrief! So, Steckbrief! Flo, Steckbrief! Und schnell! Weiter! Ich wünsche dir die Wachen! Natürlich kämpfen die! Sehr klar! Das war's! Das war's! Du kannst dich nicht auf! Ach, cool! Boah, One-Hit-Kill! Hey, so! Mann! So, ich mach das! Geht schneller! Na ja! Ja, hau ihn! Hau ihn! Ja! 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 So, jetzt kommt er mal endlich! Keine Zeit! So, jetzt bin ich jetzt nicht zu schnell für die! Muss ein bisschen warten hier, sonst wissen sie nicht wo ich bin! Und was? Na konnt! Los! Go! Ach man Kurz mal rumsehen hier Ob hier eine Feder wieder ist Und weiter geht's Zum letzten So hier ist ein Schatzi Nehme ich mal mit Was 992 Respekt Ja jetzt geht's wohl nicht weiter Kann ich denn eigentlich Ich möchte was ausprobieren So Da ist er Packt ihn Offensichtlich hast du schon deinen Frieden mit Gott gemacht Normalerweise müsst ihr jetzt das Schwert packen mit einer Hand Und dann durch die Leiter durch Und den im Bauch stechen Das wär auch geil Nice Schöne Stiefel Ich glaub die behalte ich Guck der nicht mehr hoch oder was Na Weg da Aus dem Weg Oh Wo ist der lange ran Na ja lassen wir den Falle mal nach vorne Mann Ach man ich wollte doch doch auf den Ding und springen Mhhh Wo ist der Weg Hey Ist da ein Schatz drin Ist da ein Schatz drin Ist da ein Schatz drin Ne hatten wir schon Ok Oh 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 Ne Wie lange kannst du weiterlaufen Weg bleiben Der nächste bitte Na kommt doch mal hoch Er läuft direkt zum Frieden Ja Ja Er spricht freiwillig im Wasser Genau Bewegung So Also die lernen mit die Wachen Und das ist sehr nett Die wissen dass sie keine Chance haben Und ich springen deshalb freiwillig im Wasser Jetzt drunter hier Lajouf Dieses Mal enthoffst du mir nicht Ich verliere Lajouf Fass ihn dort So direkt an der Grenze hier lang laufen Ist da unten irgendwas Nein Ich seh nichts Da ist ein Schatz Also hier ist auch noch einer Aber da auf der anderen Seite ist auch noch ein Schatz Den seh ich aber nicht Auf der Map Boah der hat es fast geschafft So da ist ein Schatz Und das heißt auch Da ist die Grenze Dieser Assassine sein mag Er erschüttert den Frieden dieser Stadt In seinen Grundfesten Und hinterlässt nur Leid und Hier das kann man glaube ich auch noch nicht Und hier lesen Bitteschön Es ist sehr viel Und weiter Da muss ich hin Lasst euch nicht täuschen von Liedern über Ehre Der ist ja auch in Deutschland Da Da ist der Fallens Wo ist euer Meister jetzt? Vielleicht blocken wir eure Schäden auf Oh man so viel Einen Moment bitte Besser wir hängen ihre Leichen Oh nicht zwei Oh Trottel Mann verdammt ey Ach ey Kann nicht sein Ja hold up Die feige Sau Ach man Oha da ist ne Da ist der Arzt Was ist eigentlich nur Den Arzt tötet Geht das? Oh Ungünstige Position Den Arzt kriegt man auf jeden Fall nicht Das merkt man Boah ich komm hier ganz Gar nicht raus Haltet ihn Hora Läuft wie ein Mädchen Komm her und küss mich Jiii Alter Was ist denn mit Däden los? Ja Du wirst nicht weit kommen Mann ey Hier rutscht Bär Wohl Ach unnütz Müsst du sowieso gleich über die Dächer rennen Los geht's Man die Medizinverfolge ist auch ganz schön schnell hier So die laufen da hoch Ja ist wahrscheinlich einfacher Ja leider Die Sequenzen sind jetzt mal so richtig pro Kletterer Und hier Fast so wie Noobs Das ist auch noch so ein Käfig oder? Immer ein Vollmond Jede Nacht Ist mir auch mal so nebenbei aufgefallen Doch Hey Laju Ha guter Versuch Wie Huiii Ha 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 Segue me Ich werde uns ein Ziel verringern Ja wenn die nicht hinterher kommen Ja das wirst du bereuen Jetzt roll mal runter Was? Das ist ein Scherz alter Ist es zu blöd hier rüber zu laufen? Jetzt habe ich zwei Äh Diebe verloren Na super Alter wie bescheuert sind die denn bitte? Ey so blöd kann man noch nicht sein Von alleine da runter fallen Boah ey Mir nach Beeindruckend Ich hätte nicht erwartet Dass ihr so schnell seid Ich gefalle gerne Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt Kommt später zurück Ich habe noch einen Auftrag Was für einen Auftrag? Trefft mich bei den Docks Dann sage ich mir Molto bene Ja okay Und war das erledigt Das erledigt so sehr stark ist Und war das erledigt so sehr gut Ich habe das erledigt so viel